Hallo Leute hier ist der Ruski wieder. Wir zeigen heute ein Gameplay von Call of Duty 2012, 18.2. 2012. Ich wollte mal einen Einblick verschaffen wie es heute bei dem PC, also PC Call of Duty die Modern Warfare 3 aussieht. Ich habe das Gefühl irgendwie das Spiel zu laut. So das soll jetzt reichen. Ja und jetzt zeige ich euch mal wie es alles hier abgeht. So das interessiert euch irgendwie gar nicht. Ich wollte einfach nur sehen wie es abgeht. So machen wir jetzt das Bodenangriff. Ich finde Bodenangriff eigentlich super cool. Außer dass ich jetzt Klassenedito machen muss. Und ich konnte Klassenedito nicht machen. Egal da habe ich die Akimbo eingepackt, dann ist das scheißegal. So das schneide ich jetzt raus, glaube ich. Ja, leider hatte ich gleich ein Aufladeproblem. Aufladen für mich? Ein Aufnahmenproblem? Ach scheiß drauf, ich bin jetzt weiter. Machen wir einen Hacker? Oh, komm was, ich muss meine Maus einstellen. Oh, mich diese Scheiß-Sprass, die ist nass, ey. Ja, du spielst erkennt, ey. Meine Mutter spielt auch erkennt, ey. Ja genau. Mal gucken. Schade, schade. Die Bombe ist nicht gezündet worden. Ich dachte, dass ich Nein, das geht los wie alle anderen Menschen, die sind scheiß krassig. Ach du, feindliche Vorräte! Warte, was für ein Auge? Warte, ja genau, komm raus! Wie kann der mich sehen, mal? Das ist doch... Oh, das gibt's doch nicht, ich hab heute schon gar keinen... Ja, aber noch einen Abschluss, toll, ne? Bravo, wird gesichert! Warte, 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 warte! Was war das denn? Du gehst ja einfach aus Zoom raus! Warte, das... Ja, das ist... Das wär kein Tod gewesen, ich hab einfach mal die ganze Zeit... Ah, mh... Ich versteh das aber nicht, Leute. Welche Leute, die uns nicht passen? Als der die Maus schminkt? Ach, das ist ein Hacker! Kein Wunder, ich dachte schon die ganze Zeit... Von wo schießt der? Sie kommen, Charlie! Ah... Da guck ich mir ein paar SMS wieder an. Nullhund... Oh, 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 das ist... was ist das für ein Video? Das ist gar nicht jugendfrei. Ich... Ich... Ich speichern... Nein, nein, nein... Wir überlaufen uns! Diese Positionen einnehmen! Nein! Ey, what the fuck, ey! Lade doch mal nach! Meine Güte! Charly wird gesichert! Achtung! Heidliche Vorräte! Heidliche Fahrzeuge runterkommen! Das wird gesichert! AC sicher! Ich stehe jetzt gar nicht so zu! F***ing Hacker! Motherf***er Hacker! Uuuuuh! She got me so beautiful to life! C-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Also wenn das kein Scheiß ist, ey... Also wenn das kein Scheiß ist, ey... Z ! C-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z... Nein, TR! Aber du hast zu kommen, die ich nicht! C-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Das ist der ... achso! Nein, ich wollte mich ducken, ja, oh, oh, was ein Doob, der hat mich so locker kehren können. Gut, ich hätte ihn locker kehren können, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß, dass ich, äh, hier getroffen wurde, aber ich kann mich nicht bewegen. Achso, dass ich ein Beuder drunter stelle. Konterdrohne wurde eingesetzt. Verbündet Ausbrechschütze im Anflug. Woffel? Oh, meine Pflanz. Wedes Überwachung. Spischko. Hier gibt es wunderbare Verstecke, Leute. Glaub mir. Oh, oh, nicht so schlecht. Ja, das ist ein bisschen unsicher, das ist weg, aber... Und sie sagte, hallo zu meinem Inschwanz und ich hab sie ausgelacht. Ja, das hat er ausgesehen. Das ist ja ein Hacker gewesen. Verschwinde du mit deinem Arsch. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Oh, das ist Munitionsverständung. Oh, da war keiner hinter, ey. Das hätte man sich... Das hätte ich... Das... Das hab ich gewusst. Da dachte ich mir so, ich muss nach hinten gucken. Aber das hab ich natürlich nicht gemacht, weil ich ein paar Kacheln im Prinzip bin. Oh, das ist doch nicht. Nein. Wenn er sich bewegt, kann er nicht schießen. Oh, ich hab geknallt. Boah, ey, da schießen drei Leute auf mich. Groß. Wir haben C verloren. Wir haben C verloren. Wir haben C verloren. Wesan paper mode ist und leicht. Wir verliere C. Feindliche Fallzockung und erdeckung! Das konnte ich interessiert mich selbst überraschen. Wieder habe ich die Bitte getroffen? Sind gefährlich? Oh, noch eine Sniper. Was sagt der Ruski zu unseren Metzger? Ich schneide dich rauf mit meiner Machete. Nein, 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 nein. Gangster, yo, yo. Was soll ich sagen? Sicher! Zwinker, zwinker, hier rumzulaufen. Ah, okay. Ah, das ist hier keine Position, merke ich. Und da sagt der Mann, ich gebe dir einen Schlag in deine Fresse. Charlie wird dir sicher. Leck? Das war jetzt Leck. Das war jetzt Leck. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Achtung! Feindliche Vorräte! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Charlie wird gesichert. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Weg wird gesichert. Feindliche Fahrzeugdrohne kommt! Oh, Mann ey, der Hacker ist weggeflogen. Nein, der verloren. Ah, nein, nicht wieder verloren. Das ist ja mein Zeitspiel. Haha. Trollolololololol. Naja, wir hatten zwei Hacker. Ist das nicht lustig, Leute? Hallo? Hallo? Succa... Succa brinniat curva! Hehehehe. Curva! Hehehehe. 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 Naja, nichts wirklich. Ich schöne das einfach raus. Das Video. Äh, das Video. Diesen Teil hier. Oh mein Handy ist so schmutzig. Sie haben 20 neue Nachrichten Ey Schatz, wie geht es dir? Ja, nein Hey, ich hab von dir nichts gehört die letzten Tage Ich dachte, du wärst ein anderer wie die anderen Ein anderer wie die anderen? Oh, interessant Ach bitte, ruf mich wieder zurück, Schatz Hier ist Sonja Ich vermisse dich so sehr Ich vermisse dich gar nicht, meine Güte Hallo, ich bin's Bist du Nachbar, Juta Pan wird zusammen beschrieben Und du hast mich auf Facebook geadet Nja, nja Lass dir doch das letzte Date Smiley, Herz, Smiley Smiley, Herz, Smiley Ich liebe dich Nein, hat sie nicht geschrieben, aber Soll ich dir das noch schreiben? Ich liebe dich Nein, schreibe ich nicht, dass mir ich n' Arsch Willkommen in der EU Sie nutzen das Auslattarif von Aldi Talk Ach nee, warte, das ist Meine Güte, wie lange dauert das Ladevideo hier? Bist du verarschen oder so? Meine Güte Hallo, wie geht das dir? Oh, neue SMS erhalten Steffi, was schreibt die denn? Hallo, spielst du wie in der Call of Duty? Playstation 9? Nein, spiele ich nicht Warum willst du das auch wissen? Nein, spiele ich nicht So Was wäre das denn? Wer ist Steven? Alles klar, du fisch? Ich liebe alle Leute Ja, Leute